Herzlich willkommen zu Ihren SHK TV Nachrichten und das sind unsere Themen heute FISMANN und die Digitalisierung, Hauseigentümer bleiben investitionsbereit, Handwerker werden als Zielgruppe anspruchsvoller und Umsatzsteigerung bei Willeroll und Boch. Die Digitalisierung in der SHK-Branche nimmt sie immer mehr Fahrt auf, auf der ISH war sie ein beherrschendes Thema. Klar, die Unternehmen wollen für die Zukunft gewappnet sein, so auch das Traditionsunternehmen FISMANN. In diesem Jahr wird hier das 100-jährige Firmenjubiläum gefeiert, der Blick ist aber nach vorn gerichtet. Die viel diskutierte Digitalisierung hat, so Maximilian FISMANN bei uns im Interview, seine Berechtigung. Die Digitalisierung verändert, wie wir uns in unserem Unternehmen organisieren, aber auch, wie wir mit unseren Partnern interagieren können und was wir gemeinsam den Bewohnern dieser Welt anbieten können. Und das hat einen extremen Stellenwert. Das hat eine extreme Bedeutung dafür, wie wir unsere nächsten 100 Jahre gestalten, aber wie wir das vor allem nutzen, um gemeinsam die 100 Jahre mit unseren Partnern zu gestalten. Wo konkret geht es denn in Sachen Digitalisierung hin für das Unternehmen FISMANN? Ja, ich glaube, auf der ISH haben wir nochmal sehr stark im Vordergrund gestellt, dass man um das Produkt drumherum eine Menge digitale Dienste anbieten kann, die zum einen die Serviceeinsätze sehr viel stärker vereinfachen, indem man vorausschauend sagen kann, da wird ein Teil ausgetauscht werden müssen oder dort ist eine Wartung fällig und notwendig. Hört aber da nicht auf, sondern bietet uns auch gemeinsam mit unseren Partnern große Möglichkeiten, Kunden im Internet anders abzuholen und sie stärker einbinden zu können bzw. noch besser beraten zu können, als das in der Vergangenheit der Fall war. Jetzt haben wir gerade 100 Jahre FISMANN gefeiert sozusagen. Wie sieht die Digitalisierung denn in 100 Jahren aus? Das ist ein spannendes Thema. Also was wir sehen, was wir heute schon sehen können, ist wie stark wir von den Systemen und auch den Bedürfnissen der Bewohner lernen können. Also wie viel stärker wir uns auf deren Bedürfnisse einstellen können. Wir können antizipieren, was ist die richtige Raumtemperatur zur richtigen Zeit am richtigen, an dem jeweiligen Wochentag und können dadurch ein deutlich höheres Komfortniveau erreichen. Und ich glaube, lernende Systeme in einem ethisch korrekten Rahmen werden für uns vieles, vieles einfach machen, vieles, vieles erleichtern und uns sowohl als Unternehmen als auch in der Partnerschaft ganz andere Möglichkeiten geben, uns nochmal anders zu fokussieren, als das in der Vergangenheit der Fall war. Die Hauseigentümer in Deutschland wollen weiter in die Wertsteigerung ihrer Immobilien investieren. Das zeigt eine repräsentative Umfrage im Auftrag des ZVSAK. 1000 Immobilienbesitzer wurden befragt, 21 Prozent gaben an, sich in den nächsten fünf Jahren ein neues Bad oder eine neue Heizung kaufen zu wollen. Im letzten Jahr konnte das SHK-Handwerk laut ZVSAK einen neuen Rekordumsatz erwirtschaften und zwar mit 41,7 Milliarden Euro. Hersteller und Großhändler müssen sich zukünftig anders auf die verschiedenen Zielgruppen im Handwerk einstellen. Das zeigt zumindest eine Studie von OC&C Strategy Consultants. Herr Dr. Zuberer, Sie klassifizieren die verschiedenen Unternehmensstrukturen im Handwerk in verschiedene Gruppen. Welche Gruppen sind das und wie groß sind die? Nun, es gibt sehr viele Gruppen. Die größte, die wir identifiziert haben, ist der klassische Gewerkespezialist. Das ist zum Beispiel der SHKL-Spezialist, wie man ihn kennt, der mit ungefähr einem Viertel bis gut einem Drittel aller Betriebe die bedeutendste und größte Gruppe darstellt. Es gibt eine kleinere Gruppe, das sind die, wir nennen sie unspezialisierten Helfer, die letzten Endes nicht auf ein Gewerk spezialisiert sind, sondern eher werkstattlose Handwerker sind, die bei allen möglichen Tätigkeiten unterstützen. Und die restlichen werden in zwei große Gruppen aufgeteilt. Das sind die sogenannten modernen Alleskönner, die ungefähr ein Viertel aller Betriebe ausmachen, beziehungsweise die digital begeisterten Spezialisten. Und diese beiden Gruppen werden tendenziell in Zukunft an Bedeutung gewinnen, weil sie einfach wichtiger werden. Sie sind involvierte in die Entscheidung bezüglich einer Marke oder eines Produkts. Sie sind stärker daran interessiert, auch komplexe, größere Projekte, die tendenziell auch gewerkeübergreifender stattfinden, abzuwickeln. Und drittens, sie sind online kompetenter und möchten das auch weiter ausbauen. Wie kann ich mich als Hersteller oder Großhändler nun darauf einstellen, um die verschiedenen Unternehmenstypen im Handwerk optimal zu erreichen? Nun, es wird schwieriger. Es wird auch unterschiedlicher, je nach Branche und je nach Positionierung. Wenn man es auf wenige Faktoren herunterbricht, ist es auf jeden Fall die grundlegenden Faktoren des Geschäfts richtig machen. Also vor allen Dingen Produkte, Produktbreite, Lieferung und Leistung, da sind ganz zentrale Punkte. Was aber neu ist und hinzukommt, ist das Thema online. Und damit meinen wir nicht einen Webshop oder nicht nur einen Webshop, sondern vor allen Dingen auch unterstützende Tools. Kalkulatoren, Planer, Rechner, die letzten Endes die Handwerkerbetriebe dabei unterstützen, ihre eigenen Prozesse besser zu machen. Und im Vertrieb sind es zwei ganz wesentliche Punkte. Das eine ist das Thema technisch kompetenterer Innendienst, der letzten Endes auch verkäuferischer tätig werden kann und einen Berater für den Handwerker darstellt. Und der Außendienst, der sich stärker wie, sagen wir wie ein Key-Account-Manager versteht und weniger auf sehr regelmäßige Besuche eines bestimmten Handwerkers abgezielt ist, sondern mehr auf eine Begleitung bei schwierigen Projekten und bei Innovationen beispielsweise. Positiver Start ins Jahr 2017. Willeroy & Boch hat seinen Umsatz im ersten Quartal des Geschäftsjahres um 1,4 Prozent auf 201,2 Millionen im Vergleich zum Vorjahr gesteigert. Der Unternehmensbereich Bad & Wellness erzielte einen Umsatz von 138,4 Millionen und übertraf damit das Vorjahr um 7,1 Prozent. Für das gesamte Jahr geht das Unternehmen von einer Umsatzsteigerung zwischen 3 und 5 Prozent aus, unter anderem wegen der positiven Auftragslage. Ja und das waren Ihre SRK TV Nachrichten. Schön, dass Sie dabei waren. In der nächsten Woche sehen wir uns wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin machen Sie es gut. Tschüss.